Sortimo arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit unterschiedlichen Partnerfirmen zusammen, wie man zum Beispiel an unseren L-Box Partnern sehen kann. Im Zuge der Einführung unserer neuen Plattform mySortimo messen wir unseren Partnern noch einen deutlich höheren Stellenwert bei. Es geht um die Zeit- und Komplexitätsreduzierung für den Anwender durch Verfügbarkeit und Kompatibilität von Produkten und Services innerhalb unseres Ecosystems. Der Anwender steht bei Sortimo immer im Zentrum der Betrachtung. Selbstverständlich forcieren wir den Einsatz unserer L-Boxenwelt, da sie durch ihr Raster und die Kompatibilität der ideale mobile Part innerhalb einer Fahrzeugeinrichtung darstellt. Dennoch war es uns wichtig uns auch gegenüber Fremdsystemen zu öffnen. Der Anwender hat die Möglichkeit nun Fremdkoffer platzsparend aber auch ladungssicher innerhalb unserer Fahrzeugeinrichtung zu transportieren. Hilti hat sein neues Koffersystem innerhalb des Sortimo-Rasters entwickelt. Zudem haben wir unsere Mechanik für die Auszugsschienen an Hilti freigegeben. Der Kunde hat dadurch die Möglichkeit Hilti Koffer auf unseren Auszugsschienen zu transportieren. Zudem sind unsere L-Boxen natürlich weiterhin kompatibel. Auch innerhalb des Koffers hat Hilti unser Inset-Boxen-Raster übernommen. Dadurch kann der Anwender unser Sortiersystem der Inset-Boxen im Koffer integrieren. Unsere neuen Werkzeug-Inlays von Gedore im Sortimo-Raster 3x6 beziehungsweise 6x6 sind immer auf Werkzeugebene zusammengestellt. Sei es Schraubendreher oder Zangensortimente. Durch das Sortimo-Raster lassen sie sich sowohl in unserer T-Boxenwelt, in unseren Metallkoffer, aber auch in unseren Schubladen individuell und flexibel integrieren. Das Sortimo-Raster hat zudem den großen Vorteil, dass unsere Werkzeug-Inlays von Gedore ebenso mit unseren Inset-Boxen wie auch dem Labelsystem MySortimo-Label integrierbar sind. Somit nimmt der Handwerker nur das benötigte Werkzeug und das benötigte Material mit auf die Baustelle. Seit Mai 2018 haben wir mit BTI, dem Direktvertreiber im Bauhandwerk, eine Kooperation. BTI bietet dem Handwerker die Möglichkeit, sich die Fahrzeugeinrichtung von Sortimo über ein Refinanzierungsprogramm finanzieren zu lassen. Sortimo fungiert hier weiterhin als Experte bei der Beratung, Planung und dem Einbau der Fahrzeugeinrichtung. BTI hingegen ist der Experte der Bestückung. Bei einer vorher definierten Umsatzsteigerung bei BTI hat der Kunde die Möglichkeit, sich die Sortimo-Einrichtung finanzieren zu lassen. BTI bietet dem Anwender Etiketten inklusive Materialbezeichnung und Barcode zur Nachbestellung. Diese Etiketten passen ideal auf unser neues Beschriftungssystem MySortimo-Label. Dadurch haben wir für den Anwender die komplette Durchgängigkeit über Partnerfirmen hinweg innerhalb unseres Ecosystems.